Hallo Freunde der schonungslosen Unterhaltung. Nachdem sowohl Jan Böhmermann als auch Mai in ihren Gender-Videos immer wieder betonen mussten, dass es ja so viel Hass und Hetze gegen Trans-Personen gibt und man diese doch einfach in Ruhe ihr Leben führen lassen soll, schauen wir uns heute einmal an, was genau passiert, wenn man diese einfach machen lässt und ihnen den kleinen Finger reicht, anstatt rechtzeitig den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Fangen wir beim Umgang mit Kindern an. Wisst ihr noch, wie es früher hieß? Was geht euch denn unser Leben an? Wir haben doch nicht vor, das in Schulen breit zu treten. Tja, wer hat es vorausgesagt? Genau diese bösen Hetzer von damals. Drag Queens halten Vorträge an Schulen und Kitas und führen Kinder in die Gender-Ideologie ein. Bekannt ist dieser Trend als Drag Queen Story Hour, also zu Deutsch Transvestiten-Erzählstunde und findet mittlerweile auch in Deutschland statt. Gleichzeitig kommt es gerade zu einer Heroisierung von Drag- und Transkindern. Ja, das habt ihr genau richtig gehört. Es gibt Kinder, die Transvestiten sind und dabei massiv supported werden. Nicht nur von ihren Eltern, sondern auch von der LGBTQ Community. Hier zum Beispiel der 11jährige Desmond, der überall dafür gefeiert wird, Transvestit zu sein. Quasi ein Rollenvorbild für alle anderen. Gibt sogar schon eine ganze Dokumentation über Drag Kids. Kritisch gesehen wird darin aber gar nichts. Aber warum denn auch? Die leben ja nur die Identität aus, die sie haben und bekommen dadurch so viel Aufmerksamkeit. Genauso funktioniert bei Kindern übrigens Konditionierung. Gutes Verhalten belohnen und schlechtes Bestrafen. Und wenn Desmond heute aufhören würde, Drag zu sein, würde plötzlich seine ganze Berühmtheit auch wegfallen. Dementsprechend gibt es für ihn eigentlich nur noch eine Entwicklungsrichtung. Immer extremer, bis es vielleicht mal in zehn Jahren bei ihm Klick macht und er feststellt, wie fremdbestimmt sein bisheriges Leben war. Bis dahin alles Gute Desmond. Wenn wir schon bei Drag Queens und Pride sind, Should Kids Celebrate Pride? 8 Ways for Kids to Celebrate Pride Month. Sollten Kinder Pride feiern? Acht Wege für Kinder den Pride Month zu feiern. In dem Artikel kommt natürlich kein Weg vor, der sagt, dass Pride ungeeignet für Kinder ist, sondern nur ganz viele, wie man Kinder in Pride gut integrieren kann und wie man am besten Kinder darauf vorbereitet. Ja und hier nochmal eine Doku. Kinder News, Pride Month and LGBTIQ Plus Community. Eine ganze Doku über Pride und das vom Schweizerisch Öffentlichen Rundfunk mit der Kategorie Kindervideos. Also ja, gezielt für Kinder. Kritisch gesehen wird auch da drin übrigens gar nichts. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, ich sage euch aber gleich, ist absoluter Müll und reine LGBTQ Propaganda für Kinder. Und noch ein Artikel. Diese Eltern sind wahnsinnig stolz auf ihre queeren Kinder. In den USA ist gerade Pride Month und viele Eltern nutzen die Gelegenheit, ihre Kinder im Kampf um gleiche Rechte zu unterstützen. Ja genau, nichts lieber als das. Ich kämpfe für die Rechte meines Kindes, sich verstümmeln und indoktrinieren zu lassen. Aber ja, Kinder müssen das sehen und im Bestfall sogar mitmachen. Kinder haben zwar keine Ahnung von dem, was da eigentlich passiert oder inwiefern sich das vom Karneval unterscheidet, aber verkleidete Menschen sind ja immer toll und damit wird Pride direkt als was Positives für Kinder geframed. Ganz ehrlich, in der ganzen Aufmachung ist die Pride Parade an Kinder übergerichtet. Bunte Farben, Tanz und Musik, überzogene Verkleidung, viel Schminke und ja, das spricht nun mal Kinder an. Aber es wird sogar noch schlimmer. Yes, King belongs at Pride and I want my kids to see it. Children need to know that they can make their own ways in the world. Ja, Fetische gehören zu Pride und ich will, dass meine Kinder das sehen. Kinder müssen wissen, dass sie ihren eigenen Weg in dieser Welt gehen können. Nein, Kinder müssen nicht sehen, wie Menschen auf offener Straße gef***t und gedemütigt oder ausgepeitscht werden. Kings gehören nicht in den öffentlichen Raum. Macht das zu Hause und in der Abwesenheit von Kindern. Es gibt übrigens sehr viele Bilder und Videos der diesjährigen Pride Parade, die ich hier auf YouTube nicht zeigen darf. Und die zeigen auf unglaublich verstörende Art und Weise, was Kinder sich dort alles anschauen mussten. Auf vielen Videos sind sogar Kinder zu sehen, die dabei zuschauen, was da passiert. Und Kinder sollten nicht mit erwachsener Sexualität konfrontiert werden und schon gar nicht so plump und schon gar nicht, wenn es sich dabei nicht einmal um normale Sexualität, sondern perverse Fetische handelt. Manchmal denkt man wirklich, da steckt irgendeine Agenda dahinter, also dass es Absicht ist, dass Kinder mit Fetischen in Kontakt gebracht werden. Insbesondere, wenn man einen Blick dann auf die Sexualfrüherziehung wirft, wie sie gerade umgesetzt wird. Berlin. Erste schwul-lesbische Kita weckt Begeisterung und Widerstand. Mhm. Eine schwul-lesbische Kindertagesstätte. Für mich passen diese Begriffe einfach nicht zusammen. Und ich kenne keinen vernünftigen Pädagogen, der schwul bzw. lesbisch sein zusammen mit Kind in einem Satz verwenden würde. Und warum da wohl Widerstand aufkommt, wenn ein Befürworter von Pädophilie im Vorstand der Kita sitzt und Bücher wie Die Lust am Kind – Porträt des Pädophilen geschrieben hat. Ja, mittlerweile ist Rüdiger Lautmann übrigens von diesem Posten zurückgetreten, aber auch nur aufgrund des starken medialen Drucks. Aber das passt ja gut zur aktuellen Entwicklung, wo Kindern auch Bücher wie Julian ist eine Meerjungfrau näher gebracht werden sollen. Das pädagogische Gleitmaterial ist mehr als abstrus, ich lese da mal was vor. Teilhabebarrieren begegnen in der Kita oftmals Kindern, die sich in Bezug auf ihr biologisches Geschlecht, ihre Geschlechtsidentität oder ihr Rollenverhalten von der Mehrheit der Mädchen und Jungen unterscheiden. Dazu gehören intergeschlechtliche und transgeschlechtliche Kinder, aber auch diejenigen, die als nicht geschlechtsrollenkonform wahrgenommen werden, zum Beispiel bezogen auf ihr Verhalten oder ihr Aussehen, etwa Jungs, die sich gerne als Fänen verkleiden. Und der dritte Absatz? Im folgenden wird auf die Geschlechtervielfalt hinsichtlich der Aspekte Geschlechterrolle, Geschlechterpräsentation und Geschlechtsidentität in der Kita näher eingegangen, da diese Themen einen direkten Bezug zum Kinderbuch Julian ist eine Meerjungfrau aufweisen. Ganz ehrlich, Kleinkinder können mit keinem der Begriffe irgendwas anfangen. Und es ist absolut abstrus, den Fokus auf Geschlechtsidentität in dem Alter zu legen. Das einzige Relevante ist das Rollenverhalten, also was macht ein Kind. Später wird dann natürlich auch noch darauf hingewiesen, dass es eine Hierarchie zwischen den Geschlechtern gibt, dass die heteronormative Geschlechterordnung schlecht ist und dass die Ablehnung von Geschlechtervielfalt ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt. Wichtig ist natürlich auch noch auf die Unterdrückung farbiger und Othering aufmerksam zu machen, sowie auf das Thema Gewichtsdiskriminierung. Ja, weil Kinder nichts Besseres zu tun haben und weil das für Kinder die relevantesten Themen sind. Im Begleitmaterial wird also quasi darauf hingearbeitet, jedes Kind, das eine auffällige Rollenentwicklung hat, also Jungs, die nicht mit anderen Fußball spielen wollen, sondern lieber allein malen oder häkeln oder ähnliches, also als auffällig wahrgenommen werden und die Erzieher direkt in Betracht ziehen sollten, dass sich dabei vielleicht um ein Transkind handelt. Ganz ehrlich, mir kann keiner sagen, dass es keinen Unterschied im Umgang mit den Kindern macht, wenn die Erzieher durchgehend im Hinterkopf haben, oh, das ist ein auffälliges Kind, das könnte Trans sein. Gott sei Dank war das zu meiner Kindergartenzeit kein Thema, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Auf das Buch Lina, die Entdeckerin, bin ich ja schon in meinem letzten Video eingegangen. Hier nochmal ein paar Bilder dazu. Es wird dort auf absolut nicht kindgerechte Art und Weise das weibliche Genital in den Fokus gerückt. Einfach nur widerlich. Und noch ein bisschen mehr Kindergartenpädagogik. Staatlich finanzielles Cross-Dressing ab vier Jahren. Schaut euch die Empfehlungen dazu an. Erst einmal, die Zeit von zwei Stunden ist zu lang für Vierjährige. Jedes Kind muss mitmachen, was an sich schon heikel ist. Und dann kommt auch eine folgende Bemerkung. Sobald alle in ihre Rolle geschlüpft sind, erfolgt eine kurze Vorstellungsrunde. Hier müssen Rollen hinterfragt und reflektiert werden. Ebenso kann auch Raum für Fotos geschaffen werden. Um aus der Rolle zu schlüpfen, schminken sich die Teilnehmerinnen ab, ziehen sich um und nehmen sich Zeit zum Reflektieren. Die Ergebnisse können gemeinsam festgehalten werden. Das ist nicht kindgerecht. Sowas kann man zum Beispiel mit Teenagern machen, wo es tatsächlich um Selbsterfahrung und Reflexion geht. Aber Kinder mit vier Jahren können Rollen noch nicht hinterfragen und reflektieren. Es geht hier nur um eine Toleranz gegenüber dem Anderssein. Und Kinder auf Teufel kommen raus, alles anzubieten, damit sie, falls sie trans sind, das auch möglichst früh herausfinden können. Warum auch immer eine Transidentität hier mit dem Tragen von Frauenkleidern verknüpft wird, beziehungsweise das als Indiz dafür gewertet wird. Oh, habt ihr schon genug von dem Thema? Ich eigentlich auch, aber es gibt noch mehr zu Kindern. Zum Beispiel ein kleiner Junge, der trans ist, weil seine Mama eine Doku angeschaut hat und ihm seitdem in diese Richtung drängt. Obwohl das Verständnis von Joel selbst in dem Alter nicht vorhanden sein kann. Schaut euch die Doku Transgender von Geburt an im falschen Körper, wie ich werde, wer ich bin, an. Eine wirklich großartige Doku. Danke an den Saarländischen Rundfunk, das ist ein Meisterwerk. Hier zum Beispiel... Die Lehrerin hat das in der Klasse auch mal den Kids dann erklärt und die haben eigentlich alle relativ positiv reagiert. Da war keine negative Reaktion dabei. Der Joe hatte vorher mehr mit negativen Aussagen von Kindern zu kämpfen, wie die Ava. Weil der Joe hat immer mit kleinen Figürchen und Püppchen gespielt. Und das fanden die Kinder komisch. Joel hat davor mehr mit negativen Aussagen zu kämpfen, wie die Ava. Aha, und vielleicht ist das genau der Grund, warum er auch nicht mehr Joel sein möchte, wie man hier im nächsten Clip sieht. Wenn wir streiten oder sie nicht hört und ich dann irgendwann richtig sauer bin, dann kommt dann Joel. Und dann kommt dann der Kopf aus dem Zimmer, die verschränkten Arme. Den Joel, den gibt's nicht mehr. Und dann wird die Tür geknallt. Und dann werde ich pissen. Man hat immer die Angst im Hinterkopf, dass man das Kind irgendwo dann auch in eine Richtung drückt oder drängt. Und das mag ich auf gar keinen Fall. Und deswegen sage ich hier in regelmäßigen Abständen immer wieder, wenn du das nicht mehr möchtest oder wenn du dir nicht sicher bist oder wenn irgendwas sein sollte, du kannst jederzeit wieder der Joel werden und dann ist das auch okay. Den Joel, den gibt's nicht mehr. Und dann noch das Patzige dazu. Und dann natürlich die Mama, du kannst jederzeit wieder zurück. Nein, kann er nicht. Er ist diesen Weg gegangen und er hat ein besseres Leben dadurch. Also warum sollte das Kind zurückgehen? Und auch der saarländische Rundfunk würde dann kein Video über ihn drehen. Das heißt, Kameramann, das Interesse, die Zeit mit der Mama. All das ist verknüpft mit dem Transsein. Ein Kind gibt das nicht einfach so auf. Dass wir irgendwann damit anfangen, ist mir bewusst, ist auch der Ava bewusst. Mit was? Mit den Hormonblockern und dann später mit den anderen Hormonen. Weil ansonsten gibt's keine lila Hosen. Also sonst bin ich junger. Sonst bist du ein Junge, sonst bleibt das. Also sonst kommt ja die Pubertät vom Jungen, ne? Ja. Willst du die Pubertät vom Jungen? Nee. Ja. Und also deswegen haben wir als Umkehrschluss? Äh. Müssen wir dann halt irgendwann anfangen? Spritzen. Ja. Und hier nochmal ein Beispiel. Ja, genau. Ansonsten gibt es keine lila Hosen. Genau soweit können Kinder Entscheidungen für sich treffen und verstehen, was Rollenbilder sind. Und danach auch noch die Suggestivfrage. Willst du die Pubertät eines Jungen? Natürlich nicht, Mama. Sonst bin ich ja wieder ein normales Kind und keiner interessiert sich für mich. Also, dass der Kleine dann auch noch mehr Angst vor Spritzen hat, als vor tatsächlichen Wirkungen der Hormone, ist nur die Krönung des Ganzen. Man sieht, Kinder können nicht so tief darüber nachdenken und es sind die Eltern, die mehr wissen und die Eltern, die deswegen Verantwortung übernehmen sollten. Und ich will wirklich nicht zu tief in die Pädagogik eintauchen. Aber das Ziel von Kindergärtnern und Erziehern und im Endeffekt auch von Eltern ist die gesunde Entwicklung eines Kindes. Dabei geht es auch um die natürliche Selbstentdeckung des eigenen Körpers, aber eben kindgerecht. So ist es wichtig, dass ein Dreijähriger Gefühle grenzen und auch seine Gentalien benennen kann und er weiß, dass niemand Fremdes ihn dort ohne seine Einwilligung anfassen darf. Allein schon aus Schutz vor Übergriffen. Bei einem Dreijährigen aber zu unterstellen, dass er schon Ahnung von Rollenbildern hat, ein klares Rollenverständnis seiner selbst oder ähnliches ist absolut dämlich. Das ist eine Form des Adultismus, in dem man Kinder zu kleinen Erwachsene macht und ihnen Kompetenz, Horizont und Weitsicht zuspricht, die sie gar nicht haben können. Was Sexualität angeht, können Kinder nicht zwischen Kuscheln, Schmusen, Zärtlichkeiten, Lipkosung und genitaler Sexualität unterscheiden. So ist kindliche Sexualität auch nicht auf genitale Befriedigung gerichtet, sondern auf dem Ausprobieren und Explorieren und eben auch herausfinden, dass sich Berührungen an gewissen Stellen eben anders anfühlen. Forcieren oder anleiten muss man da gar nichts als Erwachsener. Deren Job sollte es sein, Nähe und Geborgenheit zu geben, damit das Kind sich wohlfühlt und Kompetenzen Stück für Stück erwerben kann. Normalerweise haben Erwachsene auch dafür einen guten moralischen Kompass, was angemessene Inhalte für Kinder sind und was nicht. Dieser Kompass scheint aber in der heutigen Zeit bei vielen verloren gegangen oder defekt zu sein und so entstehen diese ideologischen Angebote für Kinder. Aber kommen wir zu einem weiteren Thema, dem Trans-Hype. 20% der Gen Z identifiziert sich mittlerweile als LGBTQ. 2017 waren das nur 10,5%. Bei den Millennials ist der Anstieg schon deutlich schwächer, von 7,8% nur auf 10,5%. Und bei den älteren Generationen, also Gen X, Babyboomen und Traditionalisten, hat sich gar nichts verändert. Beziehungsweise sieht man sogar einen kleinen Abwärtstrend hier in der Grafik. Wenn also die Diskriminierung abgenommen hat und sich jetzt endlich jeder outen könnte, passiert das trotzdem nur bei jungen Menschen. Wie viel mehr Indiz braucht man denn dafür, dass es ein Jugendtrend ist? Und wenn man nicht nur die Gen Z anschaut, sondern nur die Studenten der Gen Z, dann zeigt sich, dass das sogar noch ausgeprägter ist. Zwei Drittel der Studenten bezeichnen sich als Queer. Das heißt, es ist nicht nur ein Jugendtrend, sondern es ist ein akademischer Jugendtrend. Dabei ist klar, dass es eher um Zugehörigkeit und Labels als tatsächlich die Änderung der Sexualpräferenz oder ähnliches geht. Ein gutes Beispiel ist, sich selbst als bisexuell zu bezeichnen, weil ein bisschen Bi schadet ja bekanntlich nie. Wenn man selbst identifizierte bisexuelle Mädchen aber fragt, mit wem sie letzten 5 Jahre Geschlechtsverkehr hatten oder eine Beziehung geführt haben, geben 54,8% an, dass sie ausschließlich mit Männern zusammen waren. 2008 bis 2010 waren das übrigens 13,3%. Das heißt, die Zahl hat sich mehr als verdreifacht von den Frauen, die ausschließlich in Heterobeziehungen leben und ausschließlich mit Hetero-Männern geschlafen haben. Also was ist da los? 54,8% Bisexuelle, die hetero leben. Wie kann man da keinen Trend erkennen und sehen, dass es da um das Dazugehören geht und nicht tatsächlich um Sexualpräferenzen? Und selbst Wissenschaftler kritisieren diesen Hype. Das heißt, selbst Menschen, die angeblich sonst auf die Wissenschaft hören, sollten das anerkennen können. Wissenschaftler kritisieren übrigens vor allem die vielen operativen Eingriffe bei Kindern. Die Gender Affirmation Kliniken in den USA sprießen gerade aus dem Boden. Vor einer Dekade waren es nur 60, mittlerweile 400. Und warum ist das nötig? Weil die Diagnose deutlich häufiger gestellt wird. Und ist das ein gesundes Wachstum der Zahlen? 2017 15.172 Diagnosen und 2021 42.167. Das sind fast dreimal so viele in fünf Jahren. Schaut euch die Graphen dazu an. Da werden selbst Kryptobesitzer neidisch. Vor allem zeigt sich ein extremer Anstieg zwischen den Jahren 2020 und 2021, also in den Corona-Jahren, wo alle Kinder zu Hause waren und sehr stark durch Social Media, Bubble-Bildung und ähnliches geprägt werden und dort Anschluss finden konnten. Oder hier ein weiterer Artikel. So gab es im Jahr 2010 in Österreich neun operative Brustentfernungen. Aufgrund der Hauptdiagnose ICD-10F64, Störung der Geschlechtsidentität. Neun Jahre später waren es mit 130 Brustentfernungen fast 15 Mal so viele. Also innerhalb von neun Jahren 15 Mal so viele Brustentfernungen. Ist das ein normaler Trend? Und ganz ehrlich, wer einer 13-Jährigen die Brüste abnimmt, ist ein Straftäter. Egal was diese 13-Jährige denkt oder sagt. Das sollte keinem Mädchen passieren. Und es ist ein Wunder, dass das einfach so mitgetragen wird. Bei Pubertätsblocker und Hormontherapie übrigens genau dasselbe. Big Pharma will ja auch mitverdienen. Hier die Grafiken. Und es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es diesen Trend gibt. In den 60ern, also zur Zeit von John Money, war es auch ein Trend, Kinder zu verstümmeln und mit Hormonen vollzupumpen. Traurigerweise kommt das alles wohl irgendwann wieder. Auf der einen Seite finden wir aber Genitalverstümmelungen in Afrika total furchtbar. Auf der anderen beschneiden wir weiterhin unsere Söhne und fangen an, unsere Kinder zu verstümmeln, wenn sie nicht in ihr oder unser Rollenverständnis von männlich oder weiblich passen. Sehr fortschrittlich. Und an manchen Orten dieser Welt geht es sogar mittlerweile ohne Einverständnis der Eltern. Ihr habt richtig gehört, Kinder werden ohne Einverständnis der Eltern, Hormonblocker oder Hormone verabreicht und sogar Operationen sind ohne Einverständnis möglich. Zum Beispiel in Washington darf sich eine 13-Jährige die Brüste oder auch die Gebärmutter und Vulva entfernen lassen, ohne Einwilligung ihrer Eltern. Das ist ein tatsächlicher Fortschritt. Und wenn die Eltern dann nicht wollen, dass ihr Kind diese Eingriffe macht oder Hormone nimmt, dann verlieren sie in manchen Bundesstaaten deswegen sogar das Sorgerecht für ihr Kind. Und auch das ist wieder kein Einzelfall. Genau so funktioniert das. Der Staat trifft die Entscheidung und treibt einen Keil zwischen Eltern und Kinder und das alles im Namen der Identitätsentfaltung und Solidarität. Und die staatliche Intervention macht da auch vor der Sprache nicht halt. In Kanada gibt es die sogenannte Bill C-16, die das Misgendern als Hate Speech deklariert und man kann deswegen sogar im Gefängnis landen. Gendert man zum Beispiel einen Mitarbeiter falsch oder benutzt aufzusehen die falschen Pronomen, dann ist das ein Kündigungsgrund. Und auch das sind keine Einzelfälle. Und selbst in Deutschland ist das Gendern schon ein sehr heikles Thema. So bekommen manche Studenten Punktabzüge, wenn sie ihre Abschlussarbeiten nicht gendern und Gutachter halten das sogar für zulässig. Aber ja, Gendern selbst ist ein Riesenthema und dazu werde ich bestimmt mal ein ausführliches, separates Video machen. Deswegen zurück zu kruden Gesetzen. Nochmal Kanada, Bill C-4, also ein Gesetz, welches die Konversionstherapie verbietet. Das Gesetz definiert Konversionstherapie wie folgt. Konversionstherapie umfasst alle Praxis, Behandlungen oder Dienstleistungen, die dazu entworfen ist, die sexuelle Orientierung einer Person zu hetero zu ändern, die sexuelle Identität zu cis zu ändern, den Geschlechtsausdruck einer Person so zu verändern, dass sie mit dem Geschlecht des Geburtszertifikats übereinstimmt, nicht-heterosexuelle Anziehung oder sexuellen Verhalten zu unterdrücken oder zu vermindern, eine nicht-cis-normative Geschlechtsidentität zu unterdrücken oder einen Geschlechtsausdruck, der nicht mit dem Geburtszertifikat übereinstimmt, zu unterdrücken oder zu vermindern. Also als Therapeut darf man nicht einmal versuchen, Personen zu sagen, es ist vielleicht keine gute Idee, sich die Brüste zu entfernen oder Gentalien verstümmeln zu lassen. Solange sie sagen, dass das ihre Identität ist, darf nicht einmal klinisches Fachpersonal das infrage stellen. Es darf also auch nicht mehr versucht werden, einem Kind zu erklären, dass es kein Mädchen sein muss, um lila Hosen tragen zu dürfen. In Deutschland gibt es übrigens ein ähnliches Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien, welches eigentlich nur für Schwule und Lesben gedacht war, jetzt aber eben auch Anwendung bei Transgendern findet. Hier ist aber nur die Werbung, das Anbieten und Vermitteln sowie die Durchführung bei Personen unter 18 und natürlich auch die Durchführung bei Willensmangel verboten. Das heißt, wenn die Person das selbst nicht möchte. Aber wenn klinisches Fachpersonal die Identität nicht hinterfragen darf, dann darf das wohl niemand mehr. Und schon gar nicht Wissenschaftler. Biologen dürfen zum Beispiel keine Vorträge mehr halten, wenn sie dabei nicht die Queer Theory verbreiten. Hier ein Beispiel. Cancel Culture an der Humboldt-Uni. Eine Biologin will darüber vortragen, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Nach Protesten sagt die Berliner Uni ab und gerät erst recht unter Beschuss. Der Vortrag wurde dann übrigens online abgehalten und die Biologin Marie-Luise Vollbrecht wird daraufhin selbst von Öffentlich-Rechtlichen deswegen verspottet. Die Meeresbiologin und Twitter-Turf Marie-Luise Vollbrecht mit einem gestreamten Vortrag gegen Transmenschen. Es gibt nicht mehr als zwei biologische Geschlechter, verbreitet Marie-Luise Vollbrecht im Netz. Dass sie dafür die Zeit hat, die promoviert doch eigentlich gerade über elektrische Fische. Naja, aber ich sag mal, Moment. Ne Jan, ganz toll gemacht. Und auch Jutta Dittfurt macht da direkt mal mit. Auf welche Weise die Hasskampagne der Fischbiologin Marie-Luise Vollbrecht und ihres transfeindlichen TERFs-Umfeldes gegen Dana Maa Beispiel für rechte Allianzen ist, beschreibt Vero Kracher in Belltower News. Ist natürlich ganz wichtig, das Wort Fischbiologin zu erwähnen, weil sie deswegen ja gar keine Ahnung zu dem Thema haben kann. Dass Alfred Kinsey, wie im letzten Video von mir erwähnt, Zoologe war und Gallwespen kategorisiert hat, das ist für solche Leute wieder kein Problem, weil das ist ja pro-LGBTQ. Aber Cancel Culture ist auch ein ganz eigenes Phänomen und soll deswegen auch in einem separaten Video deutlich genauer betrachtet werden. Dementsprechend kommen wir zu einem neuen Thema, Schutzräume für Frauen. Fangen wir doch mal mit Einrichtungen, zum Beispiel Gefängnissen an. Bisher waren dort Geschlechter getrennt und das zu Recht. Vergewaltigung in US-Gefängnissen. Die Transfrau Karen White vergewaltete erst außerhalb des Gefängnisses zwei Frauen und wurde dann ins Frauengefängnis gesteckt, wo sie mehrere Insassen sexuell missbrauchte. Genau das ist ja auch das Ziel von Gefängnissen, dass man dort genauso weitermachen kann wie außerhalb. White ist übrigens weder umoperiert, noch nimmt er Hormone. Es ist einfach ein Mann, der gerne Frauenkleider trägt und das ausnutzt, um Frauen zu vergewaltigen. So sagt ein Opfer von ihm, Karen White ist ein Schwindler, der vorgibt, trans zu sein, damit er Frauen missbrauchen kann. Und die öffentlichen Behörden haben seine Angriffe auf uns auch noch ermöglicht. Oder hier Rumble Blount, der eine Insassin in der Dusche attackiert und vergewaltigt hat. Oder hier Jania Monroe. Und selbst die New York Times berichtet über sieben weitere Vergewaltigungen durch Transgender in Gefängnissen. Wann sind es eigentlich genug Einzelfälle, bis man da ein strukturelles Problem sieht? Vor allem, wenn es sogar zu Schwangerschaften gekommen ist. Der Mainstream scheint wirklich kein Gefühl dafür zu haben, wie leicht sich solche Gesetze ausnutzen lassen. Und wie sieht es mit anderen Schutzräumen für Frauen aus? Zum Beispiel der Frauensauna. Transfrau entblößt sich in Spa und löst Ausschreitungen in Los Angeles aus. Okay, dann keine Frauensauna, äh, Unisex-Umkleidenden oder Damentoiletten. Warum Unisex-Toiletten nicht für Frauen funktionieren. Dritter Grund. Potenziell gefährlichen Männern den Zugang zu Frauentäten zu gewähren, gefährdet die Sicherheit von Frauen. Oh, und dazu gibt es sogar Daten. 90% der sexuellen Übergriffe im öffentlichen Raum finden in Unisex-Toiletten und Umkleiden statt. Hm, also wenn man dann jedem Mann per Sprechakt erlaubt, Zutritt zu Frauen-Safe-Spaces zu haben, dann wird ja quasi jeder Schutzraum für Frauen zu einem Unisex-Raum. Ah, könnte das vielleicht problematisch sein? Der ehemalige Zuhälter kann dann also als Transfrau ins Frauenhaus und dort schauen, wie es seinen Mädels geht. Tolle Idee. Diese Idiotie zeigt sich übrigens auch in Dienstleistungsberufen. Hier ein Fall, wo eine Kosmetikerin verklagt wurde, weil sie nicht die männlichen Genitalien einer Transfrau entharren wollte. Hier gab es immerhin einen wenig gesunden Menschenverstand durch die Richter, die feststellten, dass eine Frau männliche Genitalien nicht anfassen muss und die Frau ja gar keine Erfahrung darin hat, männliche Genitalien zu entharren. Trotzdem ist es allein schon ein Unding, als biologischer Mann eine Frau deswegen zu verklagen und anzunehmen, dass man auch noch im Recht ist. Und dass der Staat sich überhaupt dessen annimmt und das als reale Klage zulässt, ist lächerlich. Aber es gibt heute natürlich eine große Gruppe an Toleranzlern, die vehement verteidigt, dass Transfrauen Zugang in weibliche Schutzräume haben. In den Artikeln wird natürlich immer ganz fleißig zwischen echten Transfrauen und falschen Transfrauen unterschieden. Dazu mal eine kleine Denkaufgabe für diese Toleranzler. Also, wenn die Antwort auf die Frage, was ist eine Frau? Eine Frau ist, wer sich als Frau identifiziert ist, was ist dann mit denen, die sagen, dass sie Frauen sind, nur um in Schutzräume für Frauen einzudringen? Sind die dann keine Frauen? Und wenn nicht, wie unterscheidet ihr das eine vom anderen? Erst nach dem sexuellen Übergriff? Wem jetzt die Idiotie des Frauseins per Sprechakt nicht bewusst ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Und wisst ihr, wer sich ebenfalls darüber beschwert, dass man das Geschlecht per Sprechakt wechseln kann? Genau, die LGB Alliance, also Lesben, Schwule und Bisexuelle, die Transmenschen nicht in ihren Safe Spaces haben wollen. Ist ja eh seltsam, warum das Akronym LGBTQIA so gewählt wurde. LGB sind ja sexuelle Präferenzen, also lesbisch, schwul und bisexuell, während T und Q, also transsexuell und queer, Identitäten sind. Und I für Intersex ist was Biologisches und A für Asexuell ist wieder eine sexuelle Präferenz. Wie soll denn da keine Verwirrung aufkommen, wenn schon die Bezeichnung nicht konsistent ist? Und nein, ich gehe jetzt nicht noch auf das Akronym LGBTQIAAP ein. Es reicht irgendwann, es ist auch mal gut. Aber Transgender finden es natürlich doof, ausgeschlossen zu sein. Unser Transgender Militäroffizier geht zum Beispiel weiterhin in die schwulen Sauna, obwohl er sich als Frau identifiziert. Man will ja alles dürfen, in die gemischte Sauna, in die für Frauen, in die für Männer und natürlich in die für Schwule und wehe, irgendeiner sagt was dagegen. Aber ja, wer als Militäroffizier öffentlich zugibt, dass er sich gerne in Dark Rooms vögeln lässt, der hat eh die Kontrolle über sein Leben. So wie alle anstanden jede Würde verloren. Ich lasse mich gerne vögeln in Dark Rooms. Du lässt dich gerne durchbumsen. Ja, warum nicht, ne? Für meine unschuldigen Zuschauer da draußen erkläre ich mal kurz Dark Rooms. Alle unter 18 bitte mal kurz weghören. Die sogenannten Dark Rooms sind im Endeffekt schwulen Swinger- und Fetischclubs, die komplett abgedunkelt sind, sodass man die Personen, mit denen man dort interagiert, nicht sehen kann. Dies soll den Fokus auf das Spüren und die Intimität legen und einen zusätzlichen Nervenkitzel bieten. Dabei kann man natürlich auch nicht sehen, ob die Person, die einen Vögel ein Kondom benutzt, dieses kurz vorher abnimmt oder ähnliches. Aber safer Sex ist da auch eher Nebensache. Geht ja um das Ausleben der eigenen Identität. Dank Jens Spahn bekommt man als Schwuler übrigens mittlerweile PrEP von der Kasse bezahlt. Auch ohne einen HIV-positiven Partner zu haben. Und kann dadurch seinen Baerbeck-Lifestyle sorglos auf Kosten der Krankenkassenbeitragszahler ausleben. Danke dafür, Jens. Ich unterstelle da mal keinen Eigennutz, sondern Nächstenliebe. Und auch Markus Ganserer als biologischer Mann geht übrigens gerne in Frauensaunen. Insbesondere für Interviews mit jungen Damen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Auch normale Frauen beschweren sich über den Umgang mit Transpersonen und das zu Recht. Frauensport wird ad absurdum geführt, wenn Männer per Sprecht ab Frauen sind. Sieht man ja zum Beispiel an Lea Thomas. Was ist denn so schwer daran, sie einfach als Mann zu werten? Sie ist biologisch ein Mann und ihr Körper ist als Mann gewachsen und ausgewachsen. Oder noch besser führt neben den Olympics und Paralympics auch die Translympics ein. Und gut ist's. Aber man kann noch nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Und auch die Frauenquoten werden komplett ad absurdum geführt. Die kann man sich dann komplett sparen, wenn biologische Männer diese dann besetzen. Sieht man ja bei Markus Ganserer im Bundestag. Biologisch und rechtlicher Mann, aber über die Frauenquote der Grünen im Bundestag. Großartig. Also ich bin eh kein Fan davon, aber so ergibt sie nicht mal in der Queer Theory irgendeine Art von Sinn. Und wisst ihr, was viele Menschen auch noch so richtig verstörend finden? Schwangere Männer. Wie hier zum Beispiel in der Werbekampagne von Calvin Klein. Oder wie hier, wo ein Transgendermodel die Schwangerschaft ihres Transgender-Boyfriends maximal vermarktet. Und auch der WDR, also die Öffentlich-Rechtlichen scheinen dieses Thema zu lieben. Sonst hätte er keine eineinhalbstündige Doku mit dem Titel Der schwangere Mann veröffentlicht. Und auch das Wort Mutter ist natürlich heikel heutzutage. Deswegen soll jetzt von gebärendem Elternteil oder einfach älter eins gesprochen werden. Und selbst der Begriff Mutter-Milch soll von Hebammen nicht mehr verwendet werden, sondern stattdessen soll oft die Begriffe Brustmilch, Milch von Menschen oder Milch vom stillenden Elternteil ausgewichen werden. Es soll auch nicht mehr das Wort Breastfeeding, sondern ab jetzt Chestfeeding verwendet werden. Also zu Deutsch statt Brust geben, Torso bzw. Oberkörper geben gesagt werden. Auch das RKI macht da fleißig mit und redet von Menschen mit kurzer Harnröhre oder von Menschen mit Fronthole. Zu Deutsch Menschen mit Vorderloch. Sehr wertschätzend für die Frauenwelt. Kommen wir also zum letzten Punkt. Ihr merkt schon, ich schaff's nicht, mich wirklich kurz zu fassen in Videos, aber man kommt so leicht vom Hundertste ins Tausendste. Also das Bestreben, das P für Pädophile ins Akronym aufzunehmen und Pädophilie gesellschaftlich akzeptabel zu machen. Kennt ihr schon den Begriff Map, also Minor Attracted Person zu Deutsch von Minderjährigen sexuell angezogene Personen? Dieser trendet gerade in Social Media, gerade an Orten wie Tumblr und Reddit. Ich verlinke euch mal hier ein Video dazu und blende ein paar Dinge ein. Auch der Begriff No Map trendet gerade ein wenig. Also eine von Minderjährig sexuell angezogene Person, die bisher aber kein Kind missbraucht hat. Gut, also das muss man schon mal hervorheben, dass man bisher kein Kind gef***t hat, obwohl man pädophil ist. Es gibt mittlerweile sogar wieder wissenschaftliche Artikel, wissenschaftlich in Anführungszeichen, die dafür plädieren, die Pädophilie wieder zu legalisieren. Ganz ehrlich, ich dachte, wir waren durch mit dem Thema. Liebevolle Pädophilie von John Money, emanzipierte Sexualerziehung von Kendler, Legalisierung von Pädophilie durch die Grünen. Aber offenbar kommt alles wieder, alle Trends nach 50 bis 60 Jahren. Kann's nicht bei hässlicher Mode bleiben? Jetzt auch noch Pädophilie. Und es scheint auch wieder sozial akzeptierter zu sein. Und das vor allem in einer Szene, bei der gerade aktiv erforscht wird, ob diese anfälliger für pädophile Neigungen ist. Aber Hauptsache inklusiv. Alles andere ist ja Hass und Hetze. Natürlich sind all diese Beispiele immer noch kein Grund dafür, Menschen auf offener Straße anzugreifen. Aber schauen wir doch mal nach bei den Beispielen von Böhmermann. Wer war denn da der Täter? Transfeindliche Attacke in der Frankfurter Innenstadt. Hm, das war eine arabisch aussehende Gruppe. Jugendlicher bedroht Transfrau mit Plasterstein. Ein südländischer Jugendlicher. Transperson zündet sich auf dem Alexanderplatz an. Ja, das war eine Iranerin und ihr Asylantrag wurde eigentlich auch abgelehnt. Getöteter Transmann Malte C. Mhm, von einem Tschetschenen ermordet. Angriff auf Transfrau mit Reizgas. Ja, von einem Mann mit dunklem Tar. Transmädchen in Herren fast totgeprügelt. Ja, von polizeibekannten Jugendlichen. Ja, und beim letzten Mal der Grabstellung geht's um dieselbe Person wie beim dritten. Also um die iranische Transfrau, die sich angezündet hat und da waren die Täter unbekannt. Aber das Einzige, was da auffällt, ist, dass die Täter entweder vorbestrafte Verbrecher waren oder Ausländer sind. Wo ist denn da der Max Müller, der eine Transfrau droht, geprügelt hat? Gibt es nicht. Ihr könnt gerne mal selbst dazu recherchieren. Aber was es durchaus gibt, ist sowas. Hass auf Schwule. Islamistischer Angriff auf homosexuelles Paar in Dresden. Homosexuelle müssten als Ungläubige und Feinde Gottes bekämpft, geschlagen und getötet werden. Aber Islam ist ja die Religion des Friedens und die Islamisierung ist gar kein Problem. Was man übrigens bei Statista auch sieht, ist, dass die Delikte gegen die sexuelle Orientierung insgesamt zunehmen. Aber wisst ihr, was auch die letzten Jahre zugenommen hat? Die Migrationsquote. Aber vielleicht ist das ja nur reiner Zufall. Also zusammengefasst. Es ist so schwer zu erkennen, warum manche Menschen Transgender-Propaganda doof finden. Insbesondere wenn der LGBT-Verbrauchermarkt schon 2013 einen Wert von 835 Milliarden Dollar hatte. Und 2019 die LGBTQ-Community 3,7 Billionen an Kaufkraft hatte. Aber Hauptsache Jan Böhmermann kann auf die bösen russischen Oligarchen schimpfen, die 188 Millionen für Anti-LGBTQ-Propaganda ausgeben. Also was ist so schwer daran, für die Öffentlich-Rechtlichen und den Mainstream zu erkennen, dass wir gerade einen Weg einschlagen, der viele Probleme mit sich bringt? Was ist daran gut, Kinder mit Adultismus noch weiter zu unterdrücken, zu indoktrinieren, zu manipulieren und zu destabilisieren? Was ist gut daran, Schutzräume für Frauen, die extra geschaffen wurden, abzuschaffen? Und was ist gut daran, Pädophilie wieder salonfähig zu machen? Ja, viele dieser Fälle betreffen derzeit das Ausland und sind kein Thema in Deutschland. Aber die USA und in gewisser Weise auch Berlin sind dem Rest von Deutschland im meisten Trends und gesellschaftlichen Entwicklungen 5 bis 10 Jahre voraus. Wenn wir also nicht wollen, dass es überall so wird wie dort, müssen wir uns dem aktiv entgegenstellen. Queer sein ist nicht einfach nur eine individuelle Entscheidung, sondern nimmt Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Um das Video etwas philosophisch abzuschließen, zitiere ich da mal Ovid. Wehret den Anfängen und seid gefälligst vorsichtig, wenn ihr Transgender den kleinen Finger reicht, da wird schnell die ganze Hand draus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und damit ihr zukünftig nichts verpasst, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Schonungslos, over and out. Bis zum nächsten Mal.